In diesem Video teste ich die dritte Hey Crispy Proteinbar-Sorte, diesmal in der Geschmacksrichtung Cookie Dough. Der Riegel ist komplett im Hüllen mit einer zuckerfreien Vollmischschokolade, auf der sich sehr viele Crispys befinden und eine Verzierung aus weißer Schokolade. Die Crispys weisen wieder eine sehr knusprige Textur auf. Unter den Crispys befindet sich eine dünklere Creme. Die Proteinmasse hat wieder eine kuchenartige Konsistenz, in der einige kleine Soja-Crispys enthalten sind. Der Riegel schmeckt sehr schokoladig und ganz leicht nach Keks. Die Creme schmeckt nicht wirklich nach irgendwas, man merkt es nur an der cremigen Konsistenz. Der Riegel ist im Gesamten nicht so süß, was ich sehr gut finde. Mir schmeckt dieser Riegel von den drei, die ich jetzt getestet habe, am besten, weil er einfach nicht so süß ist und einen angenehmen Schokoladen-Keks-Geschmack hat.